You know the Eiffel Turm? Yes! Wow, amazing! Was für ein Zufall! Also Pflicht oder Wahrheit? Nein, 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 ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, Herr Kahn hat mir erzählt, dass er dir das Lied vorgespielt hat. Oh, wir werden doch heute Abend nicht über die Arbeit reden. Guckst du, Achtung! Pflicht oder Wahrheit? Wahrheit. Nein, Pflicht! Das heißt, ihr beide werdet euch jetzt auf den Mund küssen. Krass. Eigentlich bin ich gar kein Clubgänger. Ich arbeite so viel, dass ich kaum Zeit habe, auszugehen. Ah, endlich mal ein Typ mit einem Job. Ich kenne deinen Vornamen noch gar nicht. Romain. Und deine? Lola. Aber ich warne dich, Romain. Ich suche nur etwas für einen Abend und es darf absolut nichts Ernstes werden. Das ist das Schönste, was ich je gehört habe. Ach, ja. Karl hat mir gesagt, dass du ein Star wirst. Oh, ja, das ist ein großes Wort. Aber ich mache bald mein Album, vielleicht sogar zusammen mit Iggy Pop. Oh, das ist ja unglaublich. Ich will mit einem Angehenden-Star hier. Warte, das muss ich gleich twittern. Hallo, schöne Frau. Hör auf, Silber. Ich bin noch nicht so weit. Ach, komm. Genieß die Stimmung ein bisschen, ja? Verzeihung, kannst du mir sagen, wo die Toiletten sind? Klar, die zeige ich dir gleich. Ich kann mich ja begleiten. Nicht nötig. Mach dir keine Umstände. Spitterst du immer alles, was du machst? Jawohl. Ein Verleger ist daran interessiert, all meine Tweets zu veröffentlichen. Ach ja? Kenn ich den? Romain halt. Das ist der aus Big Brother. Ah, ja, stimmt. Das ist der aus Big Brother.